hallo und herzlich willkommen back to faster than light es kann sein dass man im hintergrund also donner hört oder ähnliches oder regen wenn bei uns regnet und donnert es gerade und ja wir machen gerade mal weiter ich weiß kam dann keine folge mehr hoch auch alles märz returns das liegt daran dass ich momentan relativ ich muss halt viele arbeiten und stress und das ist alles ein bisschen komisch zeit ist voll verplant und so weiter so was haben wir was ist denn das okay okay können wir was am ok haben ja das ist unnötig power bar würde ich noch holen ja 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 Ihr Sensor hat picked up a refuge shift drifting through the Okay, wieder hier so ein Schiff, wo durch den Nebel rumfliegt Hailen, oder? Dann kontaktieren wir den mal Oh Ja, wir wollten die heilen oder kontaktieren oder was auch immer irgendwie Und dann hat uns hier so ein Soltan-Schiff entdeckt Okay Zerstören wir die mal Aber hartling Und den hier So Ach, die haben hier noch so ein extra Schild Der einmalig runter geht dann Ich finde, der lohnt sich nicht wirklich So, bam Die zerlegen wir Duft Duft So Und jetzt hau rein Hier Finale Zwei Raketen Auch schön Ein Moment Hallo Wir sind wieder da Ich bin wieder da Äh Ja, ich hab mir grad einen Tee geholt Äh Und musste Das Klozeug einräumen So, dann Kontaktieren wir mal das Schiff Ähm Okay, wir danken denen Äh Die Ja, wir danken denen, dass wir den geholfen haben Ähm Ja Wir danken uns Und schenken uns dir noch ein bisschen Zeug Das ist schön Die allgemeinen Schiffssysteme Wird den, den Antrieb zum Beispiel Ne, die Oh, die, die Die Schilde will ich auch mal noch auftunen Ah Ja Tunen wir die mal auf Danach brauchen wir wieder Powerbalken Jumpen wir mal hin Von da aus kommen wir ja Okay Das ist schön Eine Forschungsstation Die Genetische Irgendwas Hier Ah, äh Die fragen uns, ob wir Denen bei Forschung helfen können Ja Nehmen wir mal bei der Bei deren Studie teil Ah Das war anscheinend Faker Geben wir den mal So Äh Warum Warum Scheiße Scheiße So Einnach kaputt Mann, ist das wieder behindert Achso, jetzt wird es gegen einen geht, ja Ich vergaß Natürlich, haben wir einen verloren Oh, die Türen, oh, die Türen Ich krieg da hin und die Tür geht auf Scheiß Türen, ey Meine Fresse, Alter Dank dieser Türen Warum schon wieder Intruders? Ich verstehe es nicht Warum? Das verstehe ich jetzt gar nicht nicht Scheiße Ich mach den jetzt platt, aber sofort Ja, super geil Uhrenzöhne, Mann Warum sind sie so stark? Okay, wenn ich 30 Leute auf deren Schiff schicken würde Und nur Missils abschicken würde Dann wäre es klar Meine Güte Jetzt werde ich schon angerufen, Moment Was? Ich nehm grad Ich nehm grad Oh Ja, danke Ja, ich hab auch kein Geld mehr Ja, das hat meine Mom grad bestellt Bis dann Tut mir leid Ja Ich hab das grad selber nicht mitgekriegt Was wir so Ja Thank you for rescuing Achso, das war gar kein Hinterhalt Das war, okay Eine Boarding Drohne Ja, super Spitze Tolle Leistung Jetzt haben wir wieder nur noch drei Leute So wie immer Na also, passt doch Das Sven Sven So Hey, jetzt haben wir wegen den Mongos einen Verdrückt Warum Mann, ich hasse was richtig Also, der hängt am Schild Elisabeth beim Antrieb Und Sven hockt vorne Mann, geht das auf den Piss Das gibt's nicht, ey Das ist wieder so typisch So, jetzt haben wir noch einen zweiten Schild Und jetzt brauchen wir Scheiße Jetzt haben wir einen zweiten Schild Fahren wir mal so schnell Ehrlich? Ich weiß nicht Ob wir das noch schaffen, ey Das weiß ich nicht Jetzt reicht's Jetzt reicht's Jetzt reicht's Wollt ihr mich eigentlich verarschen, ey Into das an Bord Und das überall Oh Jo, gönnt euch Macht einfach alles komplett im Arsch Zu acht am besten noch Ja, gönnt euch Kommt nur Macht's ganze Schild am Arsch Bitte Meine Fresse, alter Mongos Ja, wir haben's aber gleich Versucht uns in der Heel Station 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 platt zu machen Komm bitte Mongos Und am besten noch zu zehnt Ja, wir haben ja genug Leute an Bord Ja, ja, ja Auf jeden Fall Eggman hat's jetzt drauf Super Wir müssen unser Eigentlich können wir auf die Quest ja scheißen Mann, wir sind komplett im Arsch Und da wir sowieso so viel Glück haben Mit allem möglichen Grad Generell haben wir extrem Glück Dass wir die ganze Zeit Intruder's an Bord haben Weil wir so gut bewaffnet sind Ja Mensch, war's ein Glück Scheiß Schiffe Ich bin neues Crewmitglied, Mann Überall Hinterhälte Scheiß Nebel Recht voll auf, Mann Jetzt hilft dem guten Mann doch So Oh ja, das dauert Scheiße Scheiße Noch eins, dann ist er aufgelevelt Increases Repair Speed Weil wieder klar Oh Mann So Sehr, los geht's Not enough Power Natürlich haben wir nicht genug Power Schaffen wir das Wahrscheinlich Das sind eins Zwei Drei Vier Fünf Sechs Sprünge Das wird Versuchen wir's mal Wir sind ja Risikomongos Ja Natürlich Direkt auf die Waffensysteme Und dann hier Und dann da So Dann haben wir's am Sack Klar Was war das jetzt? Ich schätze mal so eine komische Mine Gibt's ja auch so Ich weiß gar nicht wie die heißen Irgendwelche Minen Unser Dreierschild bringt sie übrigens Ja Okay, dann nehmen wir das mal an Mongos Wir hätten die aber anderes Als einfach zerstören können Ja Ja Shields Critical Ich verstehe Ach Fuck Stimmt ja Der ist ja feuerresistent Das hab ich wiederum vergessen So Da springt ihr auf dem Feuer drauf Damit es ausgeht langsam Oder wir machen es ganz einfach So So Der hat gleich hier Repair Skill Ne Ne Elisabeth Fast 10% Fast Repair Nice Das ist schön Der Eggman Bei dem geht auch langsam Okay Okay Jetzt helft ihm mal Das dauert alles viel zu lang Direkt zur Quest You're finally caught up Ah Mit dem mit dem Ding da Oder War das das mit dem Oh Wie hießen das da Wir hatten noch eine Mission Wir haben da dreimal den Falschen erwischt Dann machen wir die mal platt Jetzt haben wir nämlich keine Intu Dass die uns alles versauen Den Beam So Die Schilde von denen müssen weg Auf jeden Fall Die Waffen und die Schilde sind eigentlich immer das Wichtigste Und der Antrieb zum Teil So Klap das schon mal gut Będziemy Tschüss Wir sollen mit einem Föderationsmilitärkommando hier Keine Ahnung Ich texte Wir haben den Goal Goal Delivery Okay Wir haben jetzt Technik von denen bekommen Richtig krasse Ah wir Wir haben denen jetzt klar gemacht Dass wir von der Föderation sind Und so weiter Und Nice Nice Jungs Ich danke euch Kaufen wir uns davon Ein schönes Crewmitglied Als nächstes So Hat sich auf jeden Fall gelohnt Auf jeden Fall Okay Nichts passiert Wir müssen einfach nur warten Okay Weiter Hier mal hin Viele Soltans Okay Nichts passiert Und Ciao Wieder Wieder nichts Ah ne Hier ist noch So ein Tippi Drei Drei Ja holen wir mal So Gehen wir mal hier In den friedlichen Sektor Ich hol mal Ich hol mal schnell mal einen Tee Den trinke ich jetzt mal Moment Oh Mango Die Mette Schmeckt gut Bratapfeltee ist auch geil Okay Die sind also guter Absicht Die meisten Dann ist mal gut Gibt es hier direkt einen Store Nein Fahren wir noch weiter irgendwo Oh Asteroidenwelt Könnte böse werden Aha Die zerlegen wir Die wollen uns bös Tschüss Die haben aber einiges Weh Ich kann auch kämpfen So ist es nicht Nur mal zu einer Frage Was haben die bitte Für Waffensysteme Alter Das ist ja nicht mehr normal Fuck Wir dürfen uns nicht retten Wir dürfen uns nicht verlieren Scheiße Warum übertreiben die so krass Habt ihr das gerade gesehen Der hat pro Sekunde Locker fünf Missles auf uns geschossen Und noch mit Fünf Nein Nein Spast Wunderschöne Ja Tschüss